Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Und das bei dem Abdecken. Du musst immer so abdecken, dass du mich siehst, Norbert. Ja, aber sonst bringt das nichts. Sonst bringt es nichts. Der hat mich jetzt gekillt und du wusstest nicht einmal, wo er ist. Weil ich bin noch nicht gesichert, weil er auch in der Ecke war bei mir. Battle Royale. Zur Sicherheitszone vorstoßen. Das Gas mehr zu schnell. Geldlieferung im Abflug. Abfangen und die Fracht beschlagnahmt. Nur in der Tageswind sind. Wir sind Zweiter, weil wir nicht so schlecht sind. Was war Zweiter nicht so schlecht? Wir kommen in den Zielen. Wir haben Zweiter Wind heute. Mhm. Ich glaube, das haben wir dann auch im Weg geschafft. Drei mal Stuhl, drei mal Wind. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Alle haben Leute drin? Ja. Feinde langen im Einsatz gewesen. Sie haben mich entdeckt. Ich wusste, ich schaff das. S-One-Shot. Ich bin an dem Schützen dran. S-One-Shot. S-One-Shot. Ich habe Kontakt. S-One-Shot. 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 Die Drohne ist aktiv! Aber wenn der die Brenn nicht gefunden hat, oder irgendeine andere MP, dann hätte ich gar nicht so verzogen. Aber dann war mein Magazin der, sonst hätte ich ihn gehabt. Eigentlich war ich dran. Das war dann so ein Glück, aber. Dann gehört er zu. Aber wie gesagt, sieh, er hat sich nicht noch mal geträumt, mich zu finishen, weil du noch da warst. Da hätte ich wahrscheinlich sogar noch easy Waffe holen können, irgendwo. Ja eben, so hinten bleiben, Waffe holen und... Der kann dann nur weg springen quasi. Gehen wir da jetzt noch. Die Drohne bleibt markiert. Man will nicht sagen, du hast einen sehr gut geholt. Gar keine Frage, ja. Aber die Drohne, die Drohne, in der Luft, löbern wir sie auf! Gebracht hat's halt wirklich nur was, wenn du den zweiten auch geholtet hast. Sammelpunkt für dich markiert! So haben wir unser Leben verloren quasi. Genau, so ist... Von beide, da kommt er jetzt weg und... Da drin hast du sechs, oder? Bitte? Da drüben ist einer drin, hast du sechs. Wo du markiert hast, ja. Ich komme schon. Da vorne ist er gelaufen, oder? Wo? Warte, ich bin unten. Ich hab das nicht gesehen jetzt. Ich glaub... Ich bin mal, dass er dort nach links gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht auf was gesehen. Oder Weinerfeuerung. Oder Weinerfeuerung. Vielleicht ist das ein anderer. Kann auch sein, dass das Heimbildung war. Es war nur ganz kurz. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Keine Ahnung, wo dahin ist. Hab den Händler für euch markiert. Verbündete Auslösungslieferung unterwegs. Bitte? Da wurde gerade ein Mail geholt. Da wurde gerade einer geholt. Okay. Geh du zu, gehst du gleich? Ja. Da springt einer ab. Feindliche Drohne ist aktiv. Kommt noch einer. Da jetzt. Gute Stelle markiert. Auf der anderen Seite auf links. Du bist halt noch immer nicht am Weg zu Christian aber. Bin schon. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich schießt auf mich. Oh. Autsch. Was? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Ich bin unter Besuch. Ich muss das Ding, wenn du so was gesprungen hast. Autsch. Was ist das gefälligst? Das sind zum Beispiel Dinge, die ich gar nicht verstehe. Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ja. Danke. Ich hab mich nur so wenig holen lassen. Das Gas ist hier auf den Ferst! Ja, das sind jetzt ein ganzes Team. Oh, wieder kein Lobar. Ich sehe sie aktuell halt nicht. Da ist jetzt einer. Laufen. Ich weiß jetzt nicht, wo soll ich runter gehen? Jetzt mal die Gegner markieren. Gute Stelle markiert. Da rennt es einer. Da ist unser Sammelpunkt. Jetzt wissen sie auch schon, wie ich komme. Da ist unser Sammelpunkt. Jetzt könnte es aber wohl sein, was sie machen lassen. Oh, ich finde es gut geworden. Jetzt haben sie mich auch gesehen. Was ist da? Eieieiei. Da steht halt diese Aufs und Abs nicht. Achso. Ich ehrlich gesagt aber auch nicht. Warum das so ist? Warum das so ist? Das sind dann wieder Unlost, das sind dann wieder Swamels und Amel in der Luft wurden auslost Ich brauche halt einen Job dabei, das ist gar nicht in die Höhe Markiere Versorgungsstation So, so hast du diese Runde wieder selbst zerstört Zwei Kills gemacht, aber komplett zerstört mit Zeugenaktionen Nämlich total zerstört Ja, weil ich weiß noch immer nicht, was ist dir da eingefallen Also da jetzt zurück und pushst du deinen Loadout Dass du nicht auf den Gegner achtest Nein Ich bin blind hingelaufen eigentlich, mehr oder weniger Ja, ihr habt sicher diese Brille hingelassen Das Gas breitet sich aus Neue Schreibzone wird markiert Jetzt ist es aber zu weit, wenn ich zu der Kiste springe Und da war das Aber du musst erstmal hinkommen Bitte? Du musst einmal hinkommen, ich weiß nicht ob die Gegner jetzt dort sind Vorher war sie frei Hast du gesehen, dass sie weg vom Loadout gegangen sind? Nein, hab ich nicht gesehen Ja sicher hast du das vorhin gesehen Das sind mir am Shop markiert Also das waren die, ja dann sind sie weggegangen Und das ist wahrscheinlich das Kopfgeld sogar Wir sind immer noch dort in der Gegend Ja, kann sein, weiß ich nicht Ja, die werden jetzt verbesserte Drohne holen Mhm Ich hab halt gar nichts Ich hab keine Platten, ich hab keinen Loadout Ich kann da nur einen Garage spazieren Was ist für eine Runde, die ist für eine Uhr Ich probier zum Loadout zu springen und komm dann zu dir Ja Dann lass sie halt von der Ehe nicht holen, bitte Ich probier's Das Gas nähert sich dir Feindliche verbesserte Drohne über uns Nein Feindliche verbesserte Drohne über uns, aufpassen Los, in die Sicherheitszone Ich hab wirklich gewartet Nein Nein Sorry Das sind wir verfolgt Norbert, sie haben die Drohne gezündet und Sorry Das Zündig war nicht Ich mein, das hat vom Shop haben die Drohne gezündet Und da haben sie gesehen Mhm Du musst halt weglaufen Habe ich probiert, aber So vorhin waren sie rechts beim shop ich weiß nicht wo du liegst hast du dort lege ich, das ist halt ich riskiere es lieber nicht, bin schon zu oft gestorben ich sehe großkalibrige munition am dach sehe ich hier kennen gefängnisausbruch im gange aufgepasst das gas nähert sich dir sammelpunkt für dich markier rein streichen wieder, ich bin an dem schützen dran nach der lunde muss ich schief enden wie gesagt man kann ja mal einen schlechten tag haben das verstehe ich, das habe ich auch ja aber solche auf und abs aber das ganze auf und abs also dass du jetzt quasi nach zwei stunden spielen deine ersten zwei kills gemacht hast und ich habe dir das gezeigt heute das liegt, man sieht an dieser leistung auch an den kills wie du mitspielst ich komme zu dir hoch ja musst du gar nicht ok, ich bin schon unterwegs ok ich habe Geist auf jeden Fall, also wenn der Drohne ist entferne sie sich von mir bitte ein bisschen jawohl 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 ich will ja mitspielen ich will ja kills machen das ist ja nicht so, dass ich nur nebenher laufen will ich verstehe schon was ist hier so Momente ebenso wie irgendwas jetzt mit dem sterben und wie gesagt heute machst du auch generell so weniger Callouts so ab zur neuen Sicherheitszone Gas nähert sich oh Alter wir können nicht nur am Rand weiter naa wieder ganz rechts am Rand ich schau dass ich da noch hinkomme ich habe den Händler für euch markiert mhm feindliche Drohne ist aktiv das Gas kommt feindliche Drohne ist aktiv feindliche verbesserte Drohne über uns aufpassen verbesserte Drohne über uns aufpassen verbesserte Drohne über uns aufpassen ich bin mir gepostet ok feindliche Drohne ist aktiv ich werde es da schon vor uns sogar mhm ich bin mir gepostet die Ich werde angehittet. Von links. Von Berg sowieso schon. Nein. Ja, von Berg runter. Von zwei Seiten. Ich bin nicht mehr hinter die Mauer gekommen. Ja, ich dachte, das ist echt gut. Ja. Das war ich. Ich bin nicht mehr hinter die Schwanen. Ich bin nicht mehr hinter die Schwanen. Ich bin nicht mehr hinter die Schwanen. Ja, ich bin nicht mehr hinter die Schwanen. Ich hab halt gar nichts, kann ich eins machen, es geht nichts. Der anscheinend schon, wenn man nicht wussten gehört hat. Lärm ziehen oder nimm dein Messer. Weniger als zehn, du hast es fast geschafft. Nein. Das wollte ich gerade sagen, hinter dir war es schon zu spät. Ja, das war ja. Wir haben verloren, aber beim nächsten Mal werden wir stärker zurück.